In den letzten Videos haben wir gesehen, dass es nur eine Sache gibt, was ich sicherlich weiß, nämlich dass es mich gibt. Aber warum ich nicht nur mich gibt? Warum ich nicht drömmen um Universum? Jo, drömmen er ofte ganske kaotische, und in drömmen gibt es keine Regeln wie in der wirkliche Welt. So, wenn ich war ein Boltzmann-Hierne, som helt tilfälligvis oppstod mit alle tanken, mit der ganzen Welt, dann hätte es sehr sicherlich gedacht, dass ich gedacht hätte, auf ein so gut ordnet Universum, som följer Naturlovene. Ich hätte sicher gedacht gedacht, mehr tun. Aber kann es passieren, dass ich das ganze Universum mit alle diese Naturlovene? Das glaube ich heller nicht, für das erste ist das Universum viel mehr kompliziert, als ich verstehe. Und bei anderen, es passiert ja viel in der Welt, das ich nicht mag. So, wenn ich hätte skapet min egen verden, hätte den vielleicht sett litt annerledes ut. Derfor tror wir, dass es nicht nur den tanken, aber auch den fysiske verden, som existierer uabhängig av tanken, nicht helt uabhängig, das ist. Aber wir tror, dass wir auch mit, dass hjernen, tankeverden, ist ein del von den fysiske verden. Derfor kallar Karl Poppa, den fysiske verden, verden 1, und tankeverden, den mentale verden, verden 2, som er formidleren mellom, verden 1, verden 3, som vi ville snakke om, i den tredje videoen. So, wo dann, kan vi finne üt, wo dann den fysiske verden, fingera? Der er faktisk, naturwiedens gaben, som skal ütfoschgede. Oje synes Karl Poppa, beskriva ganz gemuschomt, wo dann naturwiedens gaben, fingera. Die Situation des Wissenschaftles ist die eines schwarzen Mannes, der in einem dunklen Keller nach einem schwarzen Zylinderhut sucht, der vielleicht nicht dort ist. Das heißt, die Situation ist einfach die Situation des Nichtwissens. Aber wir haben ein Problem, nämlich den schwarzen Hut, den schwarzen Zylinderhut. Also, wir wissen zwar nichts, aber wir hoffen, der ist vielleicht ein schwarzer Zylinderhut. Was können wir machen? Wir können aktiv greifen, aktiv hier und dort greifen. Jedes solches Greifen entspricht einer Hypothese. Einer Vermutung. Einer Vermutung. Es entspricht einer Vermutung, vielleicht ist es dort, in dieser Richtung. Nein, da ist nichts. Vielleicht ist es dort. Nein, da ist nichts. Philosopher, Tänker, Vorverstorwerden. Ich denkenew. Aber forskere empf economist. Ich denke, fragate sie sezerre. die empf Alt, die sie nun annettu – Die monitor, die idea hedderc Pod. Es Most sei es. Når man stopper der kallar Poppa det för pseudovitenskap. Det är inte en riktig vitenskap. En teori kan inte bevises, men den må vara slik att den kan motbevises. En teori producerar hypoteser, och så kan vi testa om hypoteserna samsvarar med framtidiga observationer. Hvis den inte samsvarar, då är teorin motbevist. Men hvis den samsvarar, så må vi fortsätta, bara fortsätta och testa. Och ju oftare den inte motbevises, ju mer stolar vi på teorin. Den tyske fysikeren Sabine Hossenfelder sier det i en video. Det är många som stopper här och tror att det finns bara det som vi kan förklare med en teori. Men det är tull. Hvis det hade varit slik, fanns det inte elektroner för 1800-tallet. Och det är ingen som tror det. Och Sabine inrömer det. Det är alltså helt möjligt att det finns många ting som vitenskapen ännu inte har uppdagat. Och jag tror det finns också många ting som vitenskapen inte kan uppdaga i det hela tatt. Men så säger Sabine Hossenfelder Jag synes lite synd på henne. Riktigt nog trengs Gud inte för att lägga en vitenskap till teori. Men livet är ju så mycket mer. Många mer än det som vitenskapen handlar om. Vad är med kunst, kultur, estetik och vad är meningen med livet. Det är ett spännande som vitenskapen inte kan svara på. Men Gud är ganska viktig i denna sammanhang som C.S. Lewis förklarar ganska tydligt. För kristianity är en kämpande religi. Det finns God made the world, att space och time, heat och cold, och all the colors och tastes och all the animals och vegetables är things that God made up out of his head. As a man makes up a story. But it also thinks that a great many things have gone wrong with the world that God made and that God insists, and insists very loudly, on our putting them right again. And of course, that raises a very big question. If a good God made the world, why has it gone wrong? And for many years, I simply refused to listen to the Christian answers to this question, because I kept on feeling, whatever you say, and however clever your arguments are, isn't it much simpler and easier to say that the world was not made by any intelligent power? Aren't all your arguments simply a complicated attempt to avoid the obvious? But then that threw me back into another difficulty. My argument against God was that the universe seemed so cruel and unjust. But how had I got this idea of just and unjust? A man does not call a line crooked unless he has some idea of a straight line. What was I comparing this universe with when I called it unjust? If the whole show was bad and senseless from A to Z, so to speak, why did I, who was supposed to be part of the show, find myself in such violent reaction against it? A man feels wet when he falls into water, because man is not a water animal. A fish would not feel wet. Of course, I could have given up my idea of justice by saying it was nothing but a private idea of my own. But if I did that, then my argument against God collapsed too, for the argument depended on saying that the world was really unjust, not simply that it did not happen to please my private fancies. Thus, in the very act of trying to prove that God did not exist, in other words, that the whole of reality was senseless, I found I was forced to assume that one part of reality, namely my idea of justice, was full of sense. Consequently, atheism turns out to be too simple. If the whole universe has no meaning, we should never have found out that it has no meaning, just as if there were no light in the universe and therefore no creatures with eyes, we should never know it was dark. Dark would be a word without meaning.